Die Dokumentation des Workshops wird präsentiert vom Weltwege-Projekt. Als Vorbereitung haben wir uns mit dem Thema Demokratie und Freiheit beschäftigt. Was passiert gerade in der Welt und welche aktuellen Themen kämpfen mit der oder für die Freiheit? Hierfür erklärten wir vier aktuelle Bereiche oder Bewegungen ausführlicher und tauschten uns hinterher darüber aus. Jeder überlegte sich, was ihm oder ihr wichtig ist, um frei leben zu können und welches aktuelle Thema er oder sie darstellen möchte. Am Samstag hießen wir Christoph Willkommen, alias Van Artism, der uns die Welt der Graffitis erklärte und uns alle coolen Tricks beibrachte, die man an einem Tag lernen kann. Der gesamte Workshop wurde übrigens von unserem eigenen Weltwege-Medienteam filmisch begleitet und aufgearbeitet. Schließlich durften wir auf großen Leinwänden unsere eigenen Skizzen realisieren. Besonders wichtig war uns als Weltwege-Team, dass jeder Einzelne einen persönlichen Bezug zu seinem oder ihrem Thema hat. Denn freiheitliches Leben geht jeden etwas an. Am Ende des Tages hatte jeder seinen eigenen coolen Beitrag zu einer demokratischen, freiheitlichen und friedlicheren Welt gefertigt. Wir hatten echt Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.